hallo und herzlich willkommen zum jahresrückblick von heide park world in dieser episode nehmen wir euch mit in das jahr 2021 ein jahr voller herausforderungen auch für die freizeitbranche wir befinden uns im zweiten jahr der corona pandemie und erneut machen die einschränkungen den park zu schaffen nur dank einem gerichtsurteil zugunsten des heide parks kann dieser als erster freizeitpark in deutschland mit einem umfangreichen hygienekonzept seine tore öffnen und mit begrenzter auslastung seine gäste empfangen um den besuchern unter der 3g regelung geimpft genesen oder getestet den freizeitspaß so angenehm wie möglich zu gestalten öffnete auf dem busparkplatz ein testzentrum leider ließen sich um eine park öffnung zu ermöglichen einschränkungen im gastro und vor allem entertainment bereich nicht verhindern und vor allen show fans vermissten unter anderem die beliebte piraten show schmerzliest auf eine größere neuheit wurde im jahr 2021 verzichtet aber an vielen stellen im park gab es veränderungen zu entdecken angefangen bei sb kassen über neue chill out zonen bis zu optimierten wartezeit anzeigen legen wir den fokus nochmals kurz auf den entertainment bereich im kontrast zum vorjahr dem ersten jahr der corona pandemie wurde dank der movie maker show aber auch dem etwas umfangreicheren street entertainment auch hier wieder mehr geboten außerdem gab es eine neufassung des heide park songs los geht's der spaß beginnt welcher unter anderem täglich morgens im eingangsbereich zu hören war und sofort die besucher auf einen fröhlichen tag im heide park resort einstimmten bis zum nächsten jahr Ein Jubiläum gab es auch zu feiern, denn die Holzachterbahn Kolossos wurde 20 Jahre jung. Dieser Geburtstag wurde sehr umfangreich an zwei Wochenenden im Juli zelebriert. Karten für die Teilnahme mit Kolossos EAT, freigetränken und freiem Essen, sowie viele Informationen rund um die Achterbahn, vermittelt durch Zimmerer Carsten und Mechatroniker Marcel, konnten vorab gewonnen werden. In der Saison 2021 gab es als Neuerung erstmal zusätzlich ein erweitertes Eventportfolio. So gab es das Pride Festival mit dem traditionellen Rosatake gleich über ein ganzes Wochenende mit Speeddating, Handtaschenweitwurf, Bühnenprogramm und speziell dekorierten Attraktionen wie dem Love Train oder dem Pride Express. Das Oktoberfest erstmals im Heidepark Resort wurde zünftig gefeiert mit unter anderem den Gipfelstürmern oder Sänger Buddy mit seinem Partyklassiker Ab in den Süden. Hier ist der Buddy vom, nee Quatsch, hier ist der Buddy aus dem Heidepark Resort. Das war gerade fantastisch, 1. Oktoberfest. Ich grüße euch, kommt vorbei, es wird fantastisch hier. Bis bald, tschüss. Und los! Neben leckeren bayerischen Spezialitäten und kühlem Bier gab es auch viele unterhaltsame Spielstände mit Haudi Lukas Kuh melken oder Humpen schieben Bereits auch seit vielen Jahren erfreut sich das Halloween Event großer Beliebtheit bei den Kleinen und großen Parkgästen. Und auch im Jahr 2021 wurde dieses Event mit Mittelaltermarkt Kids Halloween Show Zauberwald Fontänen Show und Feuerwerk sowie, wie im Vorjahr bereits der Pandemie geschuldet, nur eine Maze Obscuria gefeiert. Ganz Mutige konnten auch dank erweiterter Gastronomie Insekten probieren. Der Dschungel lässt grüßen. Wie man sehen konnte, das Jahr 2021 hat sich auch unter Corona Maßnahmen mehr als nur gelohnt. Und auch 2022 bleibt es spannend. Wir werden uns verabschieden vom Panoramaturm. Die Piraten Show feiert endlich wieder ihr Comeback und es wird an sämtlichen Ecken gearbeitet. Denn ein Freizeitpark steht niemals still. Freuen wir uns gemeinsam gesund und munter auf viele Events und natürlich auch wieder Leckereien vom Knusperhaus. Heide Park World wünscht allen Abenteuern und Abenteuerinnen viel Spaß und eine aufregende Zeit im Heide Park Resort Deutschlands außergewöhnlichstem Abenteuer. Los geht's. Der Spaß beginnt. Der Spaß beginnt. Ludivus. Untertitelung des ZDF, 2020